so der einbau ist eigentlich relativ einfach wir müssen als allererstes ja das alte schloss entfernen dazu gehen wir folgt vor wir lösen hier diese schraube die ist ein bisschen länger klar die muss ja auch hinten an diesen zylinder kommen so wenn die draußen ist dann nehmt ihr euch neuen schlüssel und stellt denn so jetzt muss ich gucken wie es ist man muss glaubt zu schließen so was so und dann kann man den zylinder rausholen so jetzt können wir das fingerabdruck schloss einbau für den einbau müssen natürlich dieses teil erst mal entnehmen hier auch wieder die edelstahlblende abziehen und dann im batteriefach die schraube diese schraube lockern so diese müssen wir hier lockern auch damit ich hier auch meine weiter einstellen kann also so sieht das ganze jetzt aus so muss es dann eingebaut werden so nachdem ich das schloss eingeführt habe nehme ich mir wieder den schraubenzieher nach wo habe ich jetzt meine schraube und suche jetzt hier natürlich das loch und das schloss festzuschrauben hier ist es so jetzt muss ich einfach nur meine beiden hälften wieder auf maß bringen das heißt hier in dem fall schiebe ich das vor dreh es auf meine schraube hier also meine in sechs kann schrauben und aritiere die so jetzt habe ich das maß schon eingestellt jetzt kann ich da schon wieder die batterie wo habe ich die batterie fixieren und den akkudeckel natürlich drauf ganz wichtig so und dann zum guter letzt den hittelstahl drüber und die madenschraube wieder verschrauben dann sind wir hier schon mal fertig dann gehen wir hier auf die innenseite und befestigen hier unseren knauf den wir dann auch durchstecken bis an die tür ran und dann auch hier die madenschraube verschrauben so ok jetzt ist er fest das war es die montage ist beendet und jetzt testen wir natürlich ob das auch alles so funktioniert und ich auch rein kommen soll ich drücke legen mein finger drauf erkennt und ich kann meine tür aufsperren ja so funktioniert das vlog system ich hoffe ich konnte euch da ein bisschen helfen um eine einfache installation zu bekommen und ich würde mich freuen natürlich wenn euch das video gefallen hat daumen hoch wie immer und abonniert mich macht gut tschüss